Hallo miteinander, heute möchte ich euch etwas zum Erstellen eigener Fotobücher erzählen, konkret am Beispiel bei Snapfish und zwar habe ich hier das Fotobuch für 5,95 € für 20 Seiten getestet, das ist im Format 10x15 und im folgenden zeige ich euch einfach mal den Erstellungsweg. Ihr beginnt also bei den Fotobüchern, sucht nach dem 10x15 Fototaschenbuch, das einfach anklicken und mit Fotobuch erstellen fortfahren bis maximal 60 Seiten, könnt ihr das verwenden. Ich finde es ganz praktisch, um meine ganzen einzelnen Bilder mal schnell zu ordnen und in einem schönen Format immer zur Hand zu haben. Hier seht ihr jetzt, dass ich schon in Snapfish unter meinem Konto verschiedene Fotoalben zur Verfügung habe. Zusätzlich könnt ihr eigene Fotos hochladen und auf Flickr und Facebook zugreifen. jetzt hier im Beispiel habe ich mich einmal mit meinem Facebook-Konto verbunden und sehe jetzt hier Fotos, die ich im Laufe der Zeit dort hochgeladen hatte und die landen jetzt einmal in meiner Auswahl für das nächste Fotobuch. Noch schnell alle Fotos prüfen, ob das soweit passt, dann Fotos importieren, einmal lesen, dann das Häkchen setzen, damit diese Meldung nicht nochmal erscheint und zustimmen. Damit wird der Upload gestartet und ich kann festlegen, in welchem Album das passieren soll. Dann geht es einmal weiter, dass ich mir ein Thema auswähle, welche Hintergründe in meinem Fotobuch verwendet werden sollen. Ich finde das Kreidetafelsesign ganz schick, deshalb wird das jetzt ausgewählt und ich mache weiter mit dem Befüllen meines Fotobuchs. Jetzt kommt auch schon eine sehr hilfreiche Funktion. Ich kann sagen, dass mein Album automatisch befüllt wird mit den Fotos, die ich vorher ausgewählt habe. Das bestätige ich einmal und dann werden die Seiten meines Fotobuchs automatisch mit meinen Fotos befüllt und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, einmal zu prüfen, passt die Auflösung oder möchte ich hier und da nochmal etwas verändern. Das hinzufügen geht auch super einfach, wie ihr hier einmal seht. Ich kann per Drag & Drop die Bilder hinzufügen, die Größe ändern, bis der Hinweis nicht mehr erscheint, dass die Auflösung vielleicht zu niedrig ist und mich so durch mein Fotobuch einmal durchklicken und alles überprüfen. Das sieht doch jetzt schon mal ganz schick aus. Dann geht es weiter, ich schaue noch einmal den Umschlag an, ändere da vielleicht noch mal etwas an den Bildern und gebe dem Ganzen einen Titel, da kann ich auch die Farbe und die Schriftart verändern bzw. die Größe. Gehe auf Änderungen übernehmen und prüfe dann nochmal in einem Überblick, ob wirklich alle Fotos in der korrekten Reihenfolge da sind, wie ich es verwenden möchte. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon soweit. Zusätzlich habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mein Album per E-Mail oder per Facebook zu teilen, damit jemand anderes sich auch anschauen kann. oder das Ganze in einer Druckvorschau mir anzusehen. Ich könnte mir also einen Vorabdruck machen, um zu prüfen, ob das Ganze schön aussieht. Und natürlich das alles speichern, falls ich mal nicht an einem Tag fertig werde. Und sobald ich alles bearbeitet habe, komme ich zu der letzten Seite, kann mich nochmal probeweise durch mein Album durchklicken. Das sieht auch schon ganz gut aus und wenn ich damit zufrieden bin, wird das Ganze einfach bestellt. Und das war es dann auch schon. So flott habt ihr dann euer eigenes kleines Fototaschenbuch erstellt bei Snapfish. Dann mal viel Spaß beim Erstellen des eigenen Fotobuchs. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.